Servus, ich bin der Arte Lonsberg. Wir machen jetzt einen Scooter-Check von oben an, bis nach unten, so wie jeder. Nein, anders, ich fach von unten an, so schaut's aus. Also ich hab zwei Photogripper-Wheels in Bronze, außen zu weiß, aber jetzt sind sie gelb. Ja, dann vorne und hinten Mads, wie heißen die? Diese pinken Kugelacher, die im Live hier drin sind. Die für 14,95 Euro. Auf Scooter-Kickboard.de Da hab ich hinten ein McRae-Pack, diese weißen Plastikdinger vom Tim Rehberg. Daumen hoch. Dann dieses ultrascheißiges Blunt-Break. Ich hab das sofort. Dann, genau, ein Blunt-RS-2-Deck, wenn sie rot. Und ja, dann irgendein Grip-Tapes, Gate-Grip-Tapes halt. Und jetzt zum wichtigsten Teil. Vorne eine sehr schicke blaue Apex-Ford, ganz neu. Und eine dazugehörige blaue Apex-SES. Von mir! Muss sein, von Michael Störner, nochmal danke dafür. Dann FSA-Integrated-Impact-Headset, ohne Top-Caps. Weil Top-Caps sind auch Man-Screen. Dann noch ein Foto hier. Dann vorne noch ein Nun-Pack. Das ist mit dem Brot innen drin. Und meine schicke Bar. Sacrifice-Holy-Bahn-Ford. Und zwei Olden-Grips. Mit meiner Holy-Bahn. Die Böse sind ein Wart-Ford. Was die? Das war ja. Bis zum nächsten Mal.